Suchen Sie einen kompetenten Ansprechpartner für Ihr Gartenprojekt? Dann sind Sie bei Akazier Garten und Landschaftsbau genau richtig. Bereits seit 2006 stehen wir unseren Kunden in Bremen und Umgebung tatkräftig zur Seite. Unser Angebot umfasst verschiedenste Leistungen. Von Pflasterung, Terrassenbau und Rollrasenverlegung über Baumfällungen und Baumschnitt bis hin zur kompletten Neugestaltung Ihres Geländes. Sie können sich auf unsere Erfahrung und unsere fachgerechte Arbeit verlassen. Wir freuen uns auf jede neue Herausforderung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017